Kapitel 1 Was hatte er ihm angetan? Seinem eigenen Bruder? Er konnte noch immer seine Schreie hören. Doch er liebte sie und er würde alles für sie tun. Auch wenn er wusste, dass auch er seine Liebe zu ihr eines Tages mit dem Leben bezahlen würde. Was hörst du heute? Starte dein nächstes Kapitel mit Audible.